Florentina ist... Es tut mir leid. Aber du kennst doch die Momente, wo einfach Sachen wichtiger sind. Als ich. Nein, das hab ich nicht gesagt. Wenn Sachen wichtiger sind und andere Sachen müssen warten. Ich. Nein, nicht du Kinder. Ich rede jetzt mal mit den Kindern. Kinder, ihr kennt das doch. Wenn irgendwas einfach wichtiger ist und alles andere warten muss. So wie, wenn, ihr kennt das doch. Wenn ihr jetzt Sandkasten spielen will, dann muss man jetzt hier mal Sandkasten spielen gehen. Und dann wollt ihr am liebsten rufen, Mama, Mama, spiel mit mir. Aber jetzt. Das kennt ihr alle. Mama, Mama, spiel mit mir. Papa, Papa, spiel mit mir. Ich bin zu allem bereit. Hauptsache hier jetzt und heute. Mama, Mama, was ist los? Papa, Papa, hör mir zu. Wie ich schön singen kann. Ich fange früh damit an. Oh, ah, oh, 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 oh. Was machst du denn? Papa, Papa. Papa, Papa. 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 Jetzt will ich mal, jetzt will ich mal, jetzt will ich mal. Komm, 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 komm. Mama. Das kann ich auch. Mama. Papa. Mama. Überall Mamas. Mama. 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 Rufst du mal Mama? Mama. Papa. Mama. Papa, Papa, wach jetzt auf. Papa, Papa, wach jetzt auf. Mach jetzt deine Augen auf. Mach jetzt deine Augen auf. Ich will schon lang nicht mehr ruhen. Aha. Ich will jetzt endlich was tun. Mama, Mama, was ist los? Mama, Mama, was ist los? Ist schon wieder voll die Hose. Ist schon wieder voll die Hose. Oh das ist mir völlig egal, ist ja nicht das erste Mal. Ha 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 Vielen Dank.